Nicht. Die können ja auch zwischendrin scheinen. Ah, okay. Diesmal war es aber exklusiv für Freunde. Ja, aber Flo, hast du nach der Beziehung gesucht oder hast du nach Sex gesucht? Ist ja ein FSK 18-Stream, ne? Kommen wir ja einfach so. Blump raus. Ich glaube, es hat sich wieder aufgehangen, oder? Ich glaube, ja. Ja, dann starte ich aber Steam mal komplett neu. Alles nur, weil ich noch esse. Ach ja, das waren noch Zeiten. Aber die beste Liebesuchmaschine, die es jemals gab, war Kick damals. Quick. Wenn du jetzt von deinen alten Zeitenschwerten, mein Freund, haben wir beide heute ein richtiges Problem. Gibt es Quick überhaupt noch? Ja, Quick gibt es immer noch. Es ist eine super Fickbörse mittlerweile. War es auch schon damals. Nix für mich dann. Also wirklich, ich glaube, es hakt. Ja, du hast recht, Lefodet hakt irgendwie. Ich starte mal Steam neu. Sollte die Arbeit schon machen. Jo. Vielleicht gleich mich von meiner geilen Quali im Stream wieder überzeugen. Also Steam komplett neu hast gemeint. Drei Stunden. Bitte, Herr. Du weißt doch, Baby. Nur du in meinem Leben. Ja, ja. Klingt toll danach gerade. Mir guckt sogar irgendeiner zu. Was? Damit hast du mehr Zuschauer als ich, Marvin. Herzlichen Dank. Nein. Meine Quali ist fast genauso schlecht. Was macht das hier für Geräusche die ganze Zeit? Ja. Bei mir läuft Kickers Opening. Ein anderes Spiel zu Ende und bevor man nach Haus geht reicht man sich einander die Hände und hat was gelernt. Hilf mir, Marvin. Ja. Und jetzt ist das Beste. Sie sind ja elf Freunde die sich prima verstehen Hip, 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 hurra Sie weinen oder lachen Es ist ehrlich was immer sie machen Was denn? Ich hör's halt auch noch zweimal zeitversetzt. Ich auch, wenn ich's so laut mach. Oh, weh. Warum? Marvin, bei dir läuft's, oder? Ach so, oh, ich hätte ja Steam noch mit starten. Upsi. Ich glaub, das ist der beste Livestream, den es jemals gab. Ja, mit null Zuschauern, einem Zuschauer und wieviel hast du noch gleich? Einen. Aber der schreibt auch richtig viel. Das ist echt geil. Hat uns auch einen Tipp gegeben. Wenn es nicht funktioniert, soll, müssen wir auf lokalen Server probieren. Wenn ich den Valve-Servern abhänge ich. Deine Aufgabe und so. Ja? Ne? Und so. Aber schön, dass wenigstens einer zuckt, den's interessiert. Yay! Oh. Diesen. Oh. Ich bin der alte Biz. So süß. Danke. Hallo. So, da ist er ja. Yay. Jetzt probier ich's nochmal so. Wenn's nicht klappt, dann mach ich mal lokale Server. Es bewegt sich. Es bewegt sich. Woooo, they see me rollin'. And so. Ich darf nicht singen, aber du. Meine Engelsstimme. Ja, es nennt sich Engelsgleichenstimme, aber okay. Außerdem hab ich's dir nicht verboten. Ich hab nicht gesagt, lass das oder sonst was. Ich hab nur gesagt, oh Gott. Dass du den Piloten abgebaggert hast. Der wurde zu nem Zombie, Francis. Und wollte das Ding nicht landen. Na, jetzt werden wir's wohl nie wissen, oder? Läuft bei uns. So, alle da? Bumm, bumm, bumm. Ja, klar, ich sprang schon richtig los. Ich hab nur gefragt, ob alle da sind. So ne Interessensfrage. Achso, warte, ich wollte nur noch einen Stream starten. Oh nein! Was lädt Flo? Hier jetzt oder der Stream? Wenn's der Stream ist, dreh ich's ein bisschen runter. Von der Bitrate her. Ach, der lebt ja noch. Achso, das ist ja gar nicht Marvin. Achso, oh. Könnt ihr mal aufhören, immer die Charaktere zu wechseln? Das macht mich echt... Hey, da steht doch der Name drüber. Ja, aber ich hab grad eben den Namen nicht gesehen, weil's so hell war. Und dann dachte ich, das ist Marvin. Und dabei war das Kevin. Dann bin ich irritiert. Waffe hab ich auch gewechselt, nicht im Kopf. Oh. Oh nein! Oh, scheiße, danke. Aua. Oh, das war unüberlegt. Hey, normal lauft doch ich hin, aber vorne. Schreibt man seinen Zuschauer jetzt zurück und dann wird man erstmal halbtot in der Zeit. Wir haben einen Angry Kid. Sagt mir jetzt nix, ne? Wenn du dieses komische kleine Kind mit der Brille, was seine Tastatur zerlegt hat und seinen Rechner an. Irgendwas in dem Lager? Wenn es der gleiche ist. Ich hab einen Defi und einen Schlagstock. Hier liegt noch mein Medi-Kit. Wieso hab ich keine Waffe mehr? Nobody knows. Ich hab full life. Oh shit. Entschuldigung. Kevin lockt die nach hinten, nach weit nach hinten und bumm. Ups. Ja, ein Jockey ist jetzt auf mir. Ich hol dich. Merke ich. Ja, meinst du ganz immer weg von mir. Okay, dann kenn ich den Flo. Der ist mittlerweile voll maskulin geworden. Ja. Porn. Kennst du dieses Kind da in dem YouTube-Video. Ja, ja, ich weiß schon, von wem du sprichst. Und wir haben das Video wieder heute ab zusammen angeguckt, by the way. Ja. Das ist voll muskulös. Ken Marvin bestimmt auch. Wer ist muskulös? Dieses German Angry Kitty, dieses ganz bekannte YouTube-Video, wo so'n kleines Kind voll ausrastet während dem CSS-Spielen oder so. Ja, ja. Wenn man alles zusammenschlägt. Das war nicht CSS, das war Quake. Quake. Glaub ich. Und der ist jetzt, mittlerweile hat er voll die Muskeln und so, ist voll das Muskelpaket geworden. Nice. Sport gemacht, ne? Also. War ich auch ne, ne. Auch. Eine, die hab ich vor, wann war das? Vor vielleicht 10 Jahren hab ich die mal gesehen und da hatte die noch, also da hatte die einen Freund, der übel, also was heißt dick, aber der war schon relativ, ja, kräftig, sag ich mal. Und der ist jetzt Bodybuilder. Aber so richtig, also so auf Messen und so weiter. Alles möglich. Ohne erste Hilfe überlebst du nicht mehr lange. Nein, du würdest dich hier wirklich nicht mehr machen. Ah, danke. Nette, Francis, halt mich schon. Ja, ich hab's gesehen. Okay, so weiter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut rede. Sonst hört man das immer doppelt. Aber es geht sogar. Wenn ich von der Distanz mit dem Mikro ein bisschen weiter weg bin und nicht ganz zu laut rede, dann hält man mich nicht doppelt. Ich hoffe zwar, dass man den Stream trotzdem gut versteht. Au, au, au. Oh, Entschuldigung. Sarah, gut? Sieht mir das einmal, weißt du? Nein. Nein. Ops. dann hör halt auf mir vor die nasen zu laufen passt voll ich spiele hier gerade so ein horrorspiel und bei mir läuft als musik irgend so ein liebeslied oder so was katsch warum hast du dich heute unbeliebt mein schatz mach ich doch gerne wohin müssen wir irgendwie zu der brücke aber ich will jetzt noch nicht ganz viel wieder hinkommen wie ist hier rechts irgendwo also ich bin mal runter gesprungen nicht marvin das leben lohnt sich auch weich durchs runterspringen verliere ich weniger leben als wenn ihr mich an dort abschießt dann lauf mir halt nicht immer vor die flinte du siehst doch wo ich laufen muss ich stehe die ganze zeit in einer ecke weißt du und dann kannst du dem hier auf die leute die ich abschieße und dann läufst du da durch und dann schieße ich halt leider auf dich aber das ist doch dann nicht meine schuld oh da heult wieder eine ja ich knallse ab auch geil uah ich renne uah nein 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 sie hat mich erwischt na gut ich bin lange lange davon weggerannt komm schon danke du hast du läuft dir da einen halben marathon her du bist gleich schon wieder tot ne in der zeit hätte ich das schon längst killen können ja wenn du dich weggelaufen wärst wären wir auch rangekommen Scherzkeks ihr habt Distanzwaffen auf der geraden Strecke naja wir bekommen ganz ehrlich eine Pumpe auf mehr als 8 Meter da geht halt echt gar nichts mehr zumal ich ja auch nicht auf Mabel schießen darf seh ich mir dann dieses Gewehr ne man 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 A A A da ich sterbe Ach ne, jetzt kann ich das nicht drehen aber hinter euch habe ich Alleröffel geht mal ein bisschen weg Zahra Zahra geht da mal weg, wer sonst erwischt die Jockey Was müssen wir eigentlich machen? Ah. Kevin hochhelfen. Nein! Danke. Also ich will nur mal sagen, ich hab den jetzt mit der Pumpe da oben abgeschossen. Mehr als 8 Meter. Ja, aber egal. Du warst hinter einem LKW außer Sichtweite. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. High Sniper. Ja, finde ich gut, dass ich hier laufen kann ohne das, was passiert. Da ist nicht raus. Da ist ja gut. Ich überlebe das nicht. Meinen wir wirklich hier runter? Ich weiß nicht. Kann er halt nicht runter springen, ich bin zwar sein Tod. Ich bin ganz umsonst gehasst. Ohne Scheiß jetzt. Ich brauche dringend einen Arzt. Klasse! Warte, ich muss heilen! Na, hat geklappt. Danke. Wie ist denn eine Witch irgendwo? Wie ist halt mir da reingekommen? Durch die Tür. Ah. Wie man halt so normal in ein Haus geht. Ja, der hat halt, der NPC hat die Tür vor seiner Nase zugemacht. Ja, ja. Und die habe ich nicht gesehen, weil ich kein Licht anhatte. Ich glaube, das ist schon verkehend. Ja, wir haben auch die Tür, um zuzuwarten. Höchstlos! Wow! Wow! Nein! Ah! Ich will nicht sterben! Nein! Nein! Oh! Hey! Das ist eine geile Pose! Wer hat jetzt die Granate geschmissen? Hey, das war nötig. Macht das Licht aufs. Ach man! Ja, Entschuldigung aber, wenn ich in der Tür sitz! Geh her, Jungs! Hilf mir mal! Willst du da drauf vorbeilaufen? Ja! Wenn die in der Tür sitzt! Ja, du brauchst mich deswegen jetzt nicht aussperren, okay? Alter! Exzellent! Dein Scheiß auch alleine! Drei Leben überlebt's! Ich brauche dringend einen Arzt! Ja, Flo, ich bin jetzt. Ich brauche dringend einen Arzt! Ja, Flo, ich brauche immer in der Ruhe! In der Ruhe selbst! Ich brauche wirklich einen Arzt! Mich hat's ziemlich übel erwischt! Ich bin nicht rum! Ich will dir helfen! Ziehen wir uns im Truck Depot um! Klingt sehr gut! Du solltest dich versorgen! Der betatscht mich! Finde ich nicht so gut! Danke! Ich sagte doch! Ich kümmere mich um dich! Oh, Schlagstock! Als ob du das nicht gut finden würdest! Ich glaube, das würde ja dir gefallen, wenn mich ein anderer Mann betatscht! Nee! Nicht wirklich, wirklich! Nicht wirklich, wirklich! Hehehe! Ich bin nicht großartig! Lade nah! Gut, das ist eine ganz schlechte D! Lade nah! Wow! Wo kommt die jetzt her? Ach, du hast ein Fenster! Haha! Ja! Ja! Och, Mann! War ich full life und dann sowas! Yes! Der Flo sagt, ich darf weiterleben! Deswegen! Was? Ach, wir hatten gerade so eine Diskussion über das Leben! Hahaha! Oh, gerne! Was? Ich bin wirklich verletzt! Oh! Bist du verletzt? Ja! Ja! Alter! Der geht mir so auf den Sack! Hahaha! Nur am Jammern das Vibe! Hier gibt's Waffen! Ja! Nee Will! Wie wärs denn mal mit verarzten? Irgendwas mit? Bekehrst euch doch! Wie machen wir da einsam mit dem? Mit dem, mit dem Fass kämpft. Ich bin so ein bisschen eher der Fass kämpft. Och ne, zum Glück habe ich noch nicht geheilt. War jetzt wenig effektiv? Och ne, jetzt habe ich meinen Fass schon in die Luft gejagt. Hier gibt's Waffen! Oh, die viele da wieder kommen. Uiuiuiui! Da gibt's einer auf den Arsch! Ich heil dich und dann schlage ich dich! Hier liegt noch ne Piepsbombe. Da ist auch ne Kettensäge, wenn einer will. Wieso seid ihr eigentlich im Gebäude und ich nicht? Ich bin da vorne auf der Straße. Aha. Ach genau. Soviel zum Thema, wir gehen einfach dran vorbei. Ich bin dran vorbeigekommen. Aufhören weg! Aufhören weg! Mensch! So war das nicht geplant! Bist du gerade in der ewigen Feuerspunst oder? Aber... Nein! Hunter ist auf mir! Oh Marvin ist tot! Ja, wie wenn ihr bei der Witch war. Marvin zerlegt! Hm. Ja, danke Gott Nein Können kommen wir mal weg Ich hab's in die Hänge getrieben Wir haben eh nur noch einen Schlagstock Oh, da kommt ein Tank Wie soll ich jetzt mit dem Schlagstock gegen den Tank Äh, gar nicht Komm her Bam, in die Fresse Bam Krieg am Boden Jetzt hab ich wieder eine Waffe Toll, jetzt kriegen alle am Boden Nein, du nichts Und Marvin auch nicht Schaffst du's? Du wirfst schon Hu, okay Du wirst schon wieder Hab mir Sorgen gemacht Komm, hoch mit dir So, und jetzt hab ich wieder keine Waffe Oh Mann, mir tut echt alles weh Dann willst du dir die Halt ich auch keine Pistole oder was? Nö Willst du dir die Pistolek dir eine geben? Hier ist ein Medikit Hu Möchte jemand geheilt werden? Ja Moment, das dauert nur eine Sekunde Was soll ich? Krieg dich! Versorg dich Du hast schon eine rote Wunde im Kopf Danke, du hast was gut Könnt ihr so schön zwischen die Augen schießen Alter Verwalter Ja, ich hab doch mit dem Schlagstock den Tankgetanker schon gesehen Halt nur noch nicht so lange Ja, getötet hab ich ihn aber lass mir das aus ne Rohrbombe Deswegen hab ich ja gesagt, ich hab ihn getankt Hier ist eine Rohrbombe Oh nein, da ist noch ein dicker Ah, da ist ein Charger Guck, ich tank den In der Tank Hier ist immer noch ne Rohrbombe Danke Ich tank, ich tank sie Ich tank sie alle Kommt alle her Ich tank euch alle Warum Lässt du dich bitte zur Rohrbombe? Das weh Und dann tank ich halt es aus Ah ja Wo müssen wir überhaupt hin? Keine Ahnung Keine Ahnung, ich wär jetzt mal weitergelaufen Irgendwann da vorne, weil da viele sind Äh Na dann eben da lang Mein Leben droppt aber auch schon wieder ordentlich Ich komme Marvin, ich rette dich Über'n Truck Oh nein Komme Mit deinem Starkstock Nein, mit meinem Fass, dass du die Hand hat Ja, danke Oh, hier gibt's Muni und so Und Kids Och, verdammt Hab ich gesagt, ich komme Ja, ja Ich lieg direkt neben 4 Medi-Kids, aber mir hilft keiner Oh, Hunter Nein, ich wollte ihn abfangen in der Luft Nein, ich hängere Zunge Der Bot ist bei dir, oder? Ja Also Flo schreibt grad, er geht zur Bombe, weil er schon ein Zombie ist Na? Also du bist schon ein Zombie, willst du sagen? Ja, ich infiltriere euch Ah ja Dann fresse ich euch So, was war jetzt mit 4 Medi-Kids? Ja, jetzt sind es nur noch 2 Ja, jetzt sind es nur noch 2 Stim ist ja kein einziges hier mehr Ich muss mich verarzten Ja, klar Da ging das Licht plötzlich an Toll Toll Hm Achtung Nein 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 Ach Mann Ich will doch nur mit den NPCs rappen Ja 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 Deine Ja Ja Was ist das? Was ist das, was ist das, was ist das? Boah, ich hab wieder ein Paddel. Irgendwo kommt glaub ich ein Tank oder so, ja. Ja. Da kommt ein Tank raus, auf der rechten Seite. Verdammt, das tut weh! Down. Ein Paddel des Todes. Ups. Hast du gut gemacht. Ja, guck mal die ganzen Gegner frecken da jetzt. Aua. Ja. Hunter. Oh nein. Ähm. Oh, Char-Char. Nein, darf doch nicht immer dann nach. Oh nein. Oh nein. Oh fuck. Nein! O nein. Oh nein. Und jetzt sind alle ruhig. Nein! Die Zunge hat mich. Okay, nicht mehr. Nein! Ja toll. Nein!